Das ist alles Fremd hier und ich würde jetzt kurz schildern, weshalb unsere Könige oder unser König jetzt seine Hand in ein bestimmtes, unklares... Das ist unser Festessen, das nennt sich Pitle. Das wird jedes Jahr zum Neujahresfest des Homowa-Festivals gesprenkelt in dem Stadtteil des Garn-Umfeldes, beziehungsweise des Sandwich-Umfeldes. An solchen Tagen kommen wir zusammen, vereint als Familie, Freunde, Verwandten, um gemeinsam dieses Fest zu feiern. Wir feiern quasi in ein neues Jahr und dadurch bitten wir unsere Vorfahren um ganz viel Segen, dass sie uns weiterhin in unserem Leben und auch alles, was wir uns wünschen, dadurch zu kommen lassen werden. Und auch an solchen Tagen ist es wichtig, dass man vereint ist und auch keine Streitereien mit irgendjemand hat. Das heißt hier, das ist ein Zeichen für Frieden und für Zusammenhalt. Ich hoffe, Sie genießen es weiterhin. Im Laufe des Abends werden wir Ihnen auch weitere Traditionen des Landes zeigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.